Hallo Leute zur neuen Aufnahmesession von Left 4 Dead. Heute wieder mit den drei Manu, Alex und Matze. Und wir spielen heute Crashkurs und da soll ich jetzt Matze noch was dazu erzählen, was das für eine Mission ist, weil sie nicht so lange dauert. Hallo, äh, folgendes. Crashkurs ist nur eine DLC-Map oder eine DLC-Kampagne, die nachträglich hinzugefügt wurde, da zwischen der ersten Karte mit Mercy Hospital und der zweiten Karte, eigentlich jetzt mittlerweile dritten Karte, die nach dieser kommt, ein kleiner Logikfehler ist, wie die Überlebenden von Mercy Hospital zu dieser dritten Karte kommen. Deshalb ist diese Karte hier nachträglich hinzugefügt worden, äh, worden. Okay, dann gehen wir mal los, oder? Alles klar. So. Zombies! Hallo, meine lieben Freunde. Oha, bei mir waren gerade extreme Frame-Einbrüche. Soll vorkommen. Extreme. Ich hab Pillen gefunden. Go, go, go. Er ist ein Meshbruch. Ich will da alles klauen, da, Alter. Oh, was haben wir denn da? Spreng-Munition, Leute. Ich hoffe, du hast eine Säure-Zeig gefunden. Ja, Boomer-Galle. Wenn du die irgendwo an den Boden wirfst, oder irgendwo hinwürfst, dann gehen alle Zombies voll da drauf. Smoked! Aua! Alex wurde von dem Smoker geholt. Hier ist Spreng-Munition, Leute. Oh ja, holt euch den Spreng-Munition. Manu, komm rein. Da hinten ist ein Medi-Kit. Wer? Weg. Ach, nicht mehr. Wer hat's genommen? Egal. Egal, ich hab's bei meinen Medi-Kit. Ich hab's bei meinen Medi-Kit. Ach, so. Ich hab die Spreng-Munition hier aufgestellt. Oh, da oben. Ja. Das ist einer, und da ist noch einer. So, ich hab... Aua, er hat... Oh, oh, er ist tot. Alex, nicht so vorlaufen, Alex. Ich hab Boomer... Alle. Schön. Da hinten sind Pillen. Hab ich. Oh, da vorne geht's ganz schön zu. Hilfe! Oh, ein Baseballschläger. Ah! Stirbt alle. Oh, Brecheisen. Ja, hab ich ihn mal liegen lassen. Ja. Oh, 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 oh. Oh, verdammte Scheiße. Aua. Okay, Spitter. Ah! Ah, ich seh, jemand hat Boomer-Gally geworfen. Ah! Boomer! Ja. Aua! Ah! Alex, def mich! What's the hell, ey? Fuck, 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 fuck. Muss Manu hochhelfen. Alex, wo bist du eigentlich hin? Ach, da bist du okay vorne. Ich hab's dabei abgelenkt. Oh! Mal hier bitte, aggressiver Vorgehen hier. Da drin ist ein Molotow. Wer? Jetzt ist Boomer-Gally am Boden. Wenn es noch wer tragen kann. Boomer-Gally mit mir? Ja. Kommt da noch ein Tank in dem Level, oder? Äh, kann. Muss nicht. Okay. Ist das bei jeder Map so, dass der kommen kann? Äh, meistens, ja. Oh, Stakeout. Ich verarzte mich schneller. Sehr schön. Da sind Pillen. Braucht er Pillen? Alex? Oh. Ja, ich hab mal schnell Adrenalin. Adrenalin? Adrenalin? Okay, dann... müssen wir hier durch. Oh, da ist ein Granatwerfer. Wo? Da! Hier! Ja! Soll ich mitnehmen wieder? Kannst du? Smoke auffassen. Nimm, diesmal wäre anders. Alex, nimm du. Äh, da, äh, schieß mal. Da ist er, ja. Es ist ja so wie Gollum gerade. Ja? Gott. Nein! Nein! So, Smoke ist weg. Oh, voll bekifft. Äh. Ja. Facklst du uns alle ab? Charter, was Boomer? Ah, komm schon. Alter. Und? Okay, weiter. Da ist noch ein Boomer irgendwo. Warten, müssen wir es noch. Munition. Ah! Ah! Da ist der Boomer. Da war der Boomer, ja. Herr, warte, verpässt dich jetzt doch mal. Oh no, ich muss noch. Oh no. Geht da weg, kommt's. Ich wirf Molotow 3. Nicht Spaß. Ach komm. Marius, das ist echt ein seltenes Talent dafür. Irgendein Scheiß. Nein, das Soto gar nicht da rein springt. Nein. Ja, anscheinend schon. Das ist echt selten, ne? Irgendwo ist ne Witch. Schau, du ist denn das? Irgendwo ist ne Witch. Ah, wir haben wir nur Molotow. Entschuldigung. Ich hätte das auch gar nicht da. Ja, ja. Aber na, na. Lass. Da trebt er dich noch auf. Ich lass. Da braucht noch mehr die Poomer, sonst nimm's ich. Ja, nimm's da. Ich hab da Spitzerbräu, Alter. Alex braucht's. Aber jetzt vergiss dich doch mal. Ich will den Alex heilen. Irgendwo ist auch noch ne Witch. Also, Alex bleib stehen. Besten Taschenlampen aus. Gibt man dir das nicht auf Rechtsklick? Ja, doch. Aber nur, wenn er nichts hat. Und er hat selbst Willen. Spitter. Alex, mach noch mal was. Ah. Boom. Ja, genau. Der hat doch gar nicht geschmitten. Das ist ein Spitter. Ein Spitter. Achso. Achso. Da flackt er am Boden und heult. Ja, das ist die... Oh, du behinderter Mann. Achso, die Witch. Du bist echt selten. Junge. Du behindert. Runden hoch. Hörst bitte. Wo? Schon weg. Liegt wie am Boden und heult. Ich heult's drauf. Ja. Entweder du gehst einen Meter davon und heultst mit der Schotke an den Kopf. Oder gar nicht. Okay, hier runter. Manu. Ja. Was fällt. Ich will die Pärs von mir. So mit, manu, ja. Da sind die Pillen. Ich nenne die Pillen. Da ist ein Boomer. Da ist ein Boomer. Ja. Jetzt ist mein Ende im Gelände hier. Das sind das hier hyperaktive Mongos. Oulter. Kommt der hinten vom Lassdang runter, Alter. Kann ich nicht mal auf der Straße gehen oder so? Nein, kann er nicht. Halt, jetzt hast du schon wieder bayerisch geredet. Tänk, 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 oh! Wappee! Zückt dein Molly und zünd ihn an. Ich hab's gewusst, ja. Wo ist der? Da rechts hinten, rechts hinten, rechts hinten. Es gibt von da, wo wir herkommen sind. Alex! Ja, und ist nichts um das rumlaufen. Jawohl, wir driften. Ha, sterbt an! Achso, das ging das Alter stehen in die Mitte, ne? Das kann doch schon schnell. Oh, ich glaub, halst! Oh, 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 oh. Ja. Ja, scheiße. Jetzt hauen wir mal Pillen rein. Wie heißt die normalerweise? Eine M16. Ja. Verdammt. Wobei meines Wissens die M16 eigentlich ne Burstfire-Waffe ist, aber... Egal. Wie die... Gibt bestimmt auch ne Fallautomatik-Ausstellung. Wie die M8A1 in Black Ops 2. Genau. Ähm, wo geht ihr hin, Leute? Keine Ahnung. Was? Wo müssen wir denn hin? Achso, da rauf, oder was? Ja. Okay. Ich soll... ...dem Weg folgen. Folgen Sie die Haubitze! Ich nehm das Götling-Geschütz. Okay, wir triggern damit wieder ein großes Event. Ist euch bewusst, oder? Aber... Meine Freunde... Ja, schau doch mal hinter dich, ohne Scheiße. Okay. Warum... Warum... Warum käme die auf einen von hinten? Das ist schon wieder... Einfach... Ich versteh das nicht. Überall. Der Start, das wärs immer nicht so schlecht. Oder Rohr vom... Alex, komm doch weg. Alex, komm doch weg. Oh, nein. Tschüss. Nein, ich verbarzte. Verarzte Master Death nicht. Okay, ich verarzte dich. Ach, Mann. Oh, nicht... Ach, geil, ich überlebe ich auch noch. Hallo, ich überlebe doch jetzt. Von rechts, von rechts, I'm coming. Meinst du, wie ein Blöd oder so? Ah! Sorry. Ich überleg das auch. Ah, sorry, jetzt wärst du schon da. Na. Sorry, Alex. Irgendwann mal wieder auf. Oh, ich muss Munition. Hat er schon wieder eine Auto-Alarm-Anlage aufgeschalten, oder was? Nein. Anlauf, hier. Ich sag, dass wir einen Event triggern, sobald wir die überhaupt Witze abfeuern. Feuer ist aus. Kommt zu müssen zum Schutzraum. Achso, okay. Diese Witze abgefeuert. Was ist das? Halt mich nochmal kurz, Medikit. Gib doch mir das Verbandszeug. Achso, stimmt. Und, äh, wer braucht's denn? Egal, hast du schon Fims mit? Was, 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 weiter, 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 weiter. Was? Okay, dann behalte ich es. Ciao, ciao, ciao. Hey, hier geht's Waffen, Leute! Das interessiert mich nicht. So, jetzt kommen wir zur Riverside. Riverside, what the fuck, group? Dum 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 dum. Ich hab dich gesagt, nein, das bleibt wohl ganz umsonst. Ja. Spring, ich hab Angst. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier runter. Ich weiß nicht, ob ihr da unbedingt springen wollt, aber... Ihr könnt natürlich. Ach, so muss der Schutzraum. Sehr schön. Okay. Schatter. Boah, getüst. Okay. Komma. 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 So, und jetzt rein. Schickste mit dem... So. Oh, es gibt's. Für zu. Egal. Wunderbar. Ah, Zweiter. Klasse, Leute. Schöne Runde. Tank schlechter. Oh, mit Abstand wert, da kommst du mit. Verdammt. Ähm, ja, schätzungsweise durch deinen Granatwerfer. Kann das schwer sein? Ich hatte keinen Granatwerfer. Ja, mit Spaß. Oder mit. Ja, gut. Ah, Zweiter. Okay, okay. Alex Null. Haha. Ich kann... Nee, ich könnte mich echt heilen. Ja. Ja. Ja.